Hey Linse, ja, nun wollte ich mich auch mal bewerben für das To-Gether und zuallererst, du bist nicht der einzige Idiot, der sich im Sommer erkältet hat, da bin ich nämlich der zweite. Und ja, danach, ähm, Minecraft habe ich in der gekauften Version und kenne mich da eigentlich auch relativ gut aus. Eigentlich alles außer die ganzen neuen Sachen mit dem Enchanten habe ich mich auch noch nicht so befasst, aber egal, ist jetzt nicht so wichtig. Zum zweiten Punkt, meine Stimme, ja, das musst du entscheiden, weil, ähm, ich mag sie nicht. Aber ich finde sie immer noch besser als so eine Kindesstimme. Und ja, dritter Punkt, Fäkalhumor. Ich habe Humor aber nicht für so einen Müll, sondern eigentlich für auch witzige Sachen und nicht für so einen Scheiß. Ja, der vierte Punkt ist, mein IQ, den habe ich noch nie getestet. Und den Wert, aber ich bezeichne mich zumindest nicht als dumm, sondern ich gehe auf die Ralschule und, ja, ich kann mich auch über so Themen in der Politik oder so unterhalten, wenn du Lust hast, über sowas zu sprechen. Ich hoffe mal, dass du antwortest. Tschüss. Ich bin lustig.